Jamoi Leute, heute stelle ich euch den Nietzschwinger vor. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, also ich persönlich finde das Ding ist eigentlich eine relativ coole Pickaxe hier. In Form eines Mikrofonstenders. Ich finde das Teil echt cool gemacht. Der Werkzeugeffekt hört sich so an. Die Noten auf FNBR sind allerdings nicht wirklich berauschend, muss ich sagen. Aber egal. Also hier 2,67 von 5 bei 6 Votes. 10 Reminders. Am 16. September 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 5 Mal. So, dann haben wir auch hier so ein kleines Gameplay von dem Ding. Dann gucken wir doch einfach mal da rein, wie das Ding rüberkommt. So. 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 kommt das ding rüber also der ein oder andere youtuber hat sich beschwert ja dass man halt keine mikrofon sounds oder so ich finde es trotzdem wie ganz cooler ding wenn es euch gefällt dann was habe ich jetzt hier drin habe ich nicht richtig gestoppt wenn es euch gefällt dann lasst doch mal einen daumen da oben da schreibt was in kommentar haben wir nicht den kanal scheiß diesmal wenn es wieder heißt fortnight mit mir dann gleich schau rein macht's gut bis dann tschüss